Wir haben hier in der Salon. Wir haben hier in der Hotel, und es kostet dort 6.000 Dollar ein Schuh. Ein Schuh, 6.000 Dollar. Wie viel ist das? Wie viel? In der 20.000 Dollar. Nein, wer steht da? Die größten Erwerbs für die Welt. Die größten Erwerbs für die Welt. Die größten Erwerbs für die Welt. Die größten Erwerbs für die Gäste, die hierher sind auf ein paar Schuh. Ich treffe dort eine Besache, die Leute in der Gesellschaft. Sie fragten, wie viele Minuten bist du? Wie viele Minuten bist du? Ich bin schon lange, ein paar Schuh, ein paar Jahre. Ich bin der größte Erwerbs für die Welt. Du bist der Schuh, ein paar Schuh. Ich bin der Schuh, der Schuh. Wie sagt man das? Der Manager. Ich, 4. Die Schuh. Die Schuh, der Schuh, er hat die Kinder. Er hat die Kinder, die Kinder hat sie noch gut gemacht. Er hat die Kinder gesagt, es kommt ein paar Schuh, es kommt ein paar Schuh, ein paar Psychen. Sie fragten, es ist jeder, es kostet ein Hotel, sie kostet eine Sache. Aber was ist der Herr? Das ist der Manager. Die Kinder haben sich für andere. Sie fragten, sie haben die Kinder für andere. Er ist ein Belozum verbrechen, aber nicht nur verbrechen, sondern wir schulden noch hoch. Wir müssen das schicken, wir wissen, wenn 30 Jahre alt ist, du denkst, nur einer weiß, was Geld ist? Die müssen doch Geld sein, wir geben Geld. Aber der Mensch sagt, 30 Jahre alt ist das Mal. Geben wir die Gidwot jenen. Geben wir die Gidwot jenen. Das ist der größte Schiss von dem größten Heiligen Tuch. Der größte Schiss. Sie haben Kabule, sie haben gesagt, der Kabule ist ja schon gemacht, und man kam so an sich, jeden Tuch zu sagen, sie haben die Gidwot jenen. Sonst schreit ich mich an die Gidwot, ohnehin gesagt, sie sagt, einmal zu zweimal, ich gebe die Gidwot jenen. Ich darf nicht schicken, jenen so sagen, die Gidwot, jenen darf nicht spielen Gidwot, aber ich darf... Ich sage, R. Vigda Miller, ich sage, ich sage, einer hat mir gefragt, Farrer, sich schon, wieso greut man sich zum Heiligen Tag? Wieso greut? Hat mir gesagt, Smile. Ich kenne Englisch, ich weiß, Smile auf Englisch, Hach-Meichel. Smile, Hach-Meichel. Aber ich habe mich heute gefragt, Hach-Meichel, nicht Hach-Meichel. Hach-Meichel. Sie sagt, Smile, wenn ich damals gebe. Ich sage, Sie sind einer Mensch, Sie sind einer, der hat gerade Rieches für den Geschäften. Für den Geschäften, für den Supermarkt, in ganzem Land. In ganzem Land hat er gerade Rieches für den Supermarkt, für den Geschäften. Sie kommen zu oft Juhu, darf er machen, eine Masse, eine Schnussi, eine Balance. Er darf machen, eine Balance, und sehen, wo es geht. Ich sehe, er macht dort in der Masse, Sie sehen, als du, du gewinnst sie viel Poyale, und darf er pur Poyale mal heim schicken. Du, Poyale, muss man auf jeden Fall überführen, für den Du ein hin. In dem Geschäft, ich gewinnst sie viel Schöre, und darf er aufnehmen, ein bisschen. In dem Geschäft, ich gewinnst sie wenig Schöre. In jedem Geschäft, sieht er, und so macht er es auch. Ich gewinn, wenn er pur Poyale, muss man sagen, ich darf da heim schicken. Ich gewinn, dass es ein Poyale, was hat ihm umgesucht, ein Schick nicht rein, weil du schickst ihn heim, kannst du machen, dem ganzen Supermarkt, für die Bus, weil er steht, ich suche von Menschen, ein bisschen Werte, ein bisschen Werte, und dann nehmen, die Rosse, die Schmeichel von Menschen, mache, du ein bisschen Lüftel, ein bisschen Neuvere, ein bisschen Lüftel, wenn du es bringen, aber du schickst ihn heim weg, und dann mach ihm ein Chef, das lohnt dir nicht. hat er gesagt, dass du sie roshaschonig roshaschonig ist eine Mas und Schnuss sie macht man dort, aber alles das du, bei allem, nicht alleine die Juren, alle bleiben beim Leben gesündet alle, alle Jeden aber sie hat sich gar nicht gewonnen, sie hat sich vor zwei Jahren, man hat sich bei allem was wir zu Hause geschickt sie hat sich bei allem, was wir mit dem Mavel, mit dem Mavel, mit dem Mavel von einem Supermarkt zum zweiten einer mit dem Zügel, mit dem Mavel, mit dem Mavel mit dem Mavel, mit dem Mavel, mit dem Mavel das ist die Masen sie hat sich bei allem, was wir zu Hause geschickt Viele haben die Abbildung gefragt. Literally, sie wollen die Abbildung unternehmen. Denn sie wollen sie wirklichοιπόν eins eine Beację auf während mouvem Schmerzkl. Man macht von Menschen energiafisch ein Sc đến Famer und wo Jerusalem sie drogen. Man sagt, ihr glaubt, dass sie lebten. Und so, sie wollen ihn elev die Abbildung stellen. Aber sie werdenstalено München erst einmal die Yen-Yi X- 한 1. Aber sie sollen sie natürlich mehr lange in die Abbildung procedamily unified. ZDF